Hallo, ich bin Hanna, zwölf Jahre alt, komme aus Südafrika und bin stolz, ein Cartoon Network Klimachampion zu sein. Südafrika ist multikulturell. Wir haben hier eine Menge Kulturen und Religionen. Hier ist es so schön, weil wir uns um unser Land kümmern. Und wir wollen, dass es auch so schön bleibt. Meine Lieblingstiere in Südafrika sind Elefanten und Löwen. Das sind beides Tierarten, die sehr vom Klimawandel betroffen sind. Wasser ist für sie sehr knapp geworden und wenn sie kein Wasser haben, ist das gefährlich. Ich benutze ein Grauwassersystem, mit dem ich viel Wasser sparen kann. Das benutzte Wasser von der Waschmaschine wird für unsere Klospülung verwendet. Das ist ein Eimer Grauwasser aus unserer Waschmaschine. Damit spülen wir das Klo. Jedes Mal, wenn eine Leitung Wäsche fertig ist, schöpfen wir das Wasser ab und benutzen es noch einmal im Haus. Jetzt sind wir im Badezimmer. Wir haben den Deckel vom Spülkasten des Klos abgenommen. Das Grauwasser kippen wir hier rein. Und wenn er voll ist, können wir damit die Toilette spülen. Das ist ein Eimer mit Regenwasser, das ich diese Woche gesammelt habe. Wir benutzen dieses Wasser, genauso wie das Wasser aus den Waschmaschinen und aus den Duschen. Wenn es regnet, nehmen wir das Wasser aus diesem Behälter und gießen damit diesen Lavendelstrauch. Diese Pflanze hier und die da drüben auch. Wir müssen unsere Erde und die vorhandenen Ressourcen sauber halten. Denn das ist nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle anderen Menschen und Tiere super wichtig. Werde auch du noch heute ein Katsun Network Klima Champion und verändere die Welt.